ja willkommen am limit mein name ist alexander schumann und heute gibt es mal wieder ein spinnen video hoffe ich mal dass es klappt weil ich möchte heute meine schwarz-rote vogelspinne mit einer heuschrecke füttern und das hat jetzt also ich habe das schon ich glaube zehn mal probiert nie geklappt weil das irgendwie immer ja entweder zu lange gedauert hat oder die spinne hatte keinen hunger oder irgendwas war immer aber heute bin ich guter dinge dass es klappt und die heuschrecke ist bereits drinnen und dann schauen wir mal was passiert so so und so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das hat sehr schön geklappt, bei den letzten Malen da immer wieder, entweder war der Akku leer, bis die Spirne endlich zugepackt hat, oder es war die Speierkarte voll, oder teilweise war auch die Kamera überhitzt, lauter so Geschichten, aber diesmal hat es wirklich schön geklappt, und ja, dann war es das für dieses Video, danke fürs Zuschauen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, aktiviert die Glocke fürs nächste Video, und dann sehen wir uns dem nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020